Neuer Podcast haben wir wieder hier am Start, weil ich erstens nicht unbedingt einen Vlog machen muss, weil man denkt, man kann sich auch diese Podcasts anhören, während man LS spielt oder sonst irgendwas anderes spielt. Warum hier der Podcast? Es hat aufgrund, ich habe in den letzten Wochen sehr viele wichtige Themen für mich angesprochen und diese Themen, die möchte ich nur kurz irgendwie ausführen, weil sie da einiges getan hat. Nämlich, erstes Thema, was für euch sehr wichtig ist, ist ja mein Internet. Das ist ja wichtig in der Hinsicht, weil ich ja ohne, dass ich einen Server spielen kann, nicht mit euch spielen kann oder vernünftige Multiplayer-Projekte spielen kann. Das Problem ist, dass ich seitens meines Providers, seitens der Firma 3, das kann ich sagen, ist ja wurscht, bin ich bei 3 und die machen nichts. Also ich habe selten einen schlechteren Kundenservice erlebt als ich bei 3. Das ist Fakt, das habe ich auch des Öfteren bestätigt bekommen, auch von anderen Usern. Aber generell ist der Kundenservice bei 3 nicht vorhanden. Sie rühmen sich zwar die Nummer 1 zu sein, aber auf jeden Fall ist der Kundenservice unterirdisch. Das ist, wie gesagt, Fakt. Das heißt, ich habe seitens 3 keine Hilfe bekommen und nichtsdestotrotz habe ich aber Hilfe bekommen von einem privaten, steirischen Internet-Menschen, möchte ich betonen. Ich weiß nicht, wie die Berufsbezeichnung heißt, ist ja ganz egal. Der hat mir geholfen, in dem er erstens mir anschaulich gemacht hat, was das Problem ist. Das Problem ist, dass man Ping-Spitzen erzeugt. Das heißt, ich sage jetzt nur als Hausnummer 40, 50, 45, 54, 300, 50, 40, 60, 40, 45, 300. Das heißt, immer wieder haut er den Ping rauf. Das ist komplett scheiße. Also ich weiß nicht, warum er das macht. Und ich habe nur einen Signalwert, der nicht ganz optimal ist. Das Problem ist, die Lösungsvorschläge mit Richtantenne habe ich, also aktuell bin ich bei der dritten Richtantenne, die war richtig teuer eigentlich für Richtantenne. Ich meine, es geht immer noch teurer, aber die war richtig teuer. Die wird heute am Abend noch mal probiert und wenn das nichts bringt, dann sehe ich schwarz. Und ich habe aber nur für mich, professorisch, diese Antenne schon probiert. Es hat sich absolut nichts verbessert, ganz im Gegenteil. Das heißt, ich fürchte, dass ich entweder in Zukunft überhaupt keine LS15 oder LS17 Multiplayer-Projekte mehr machen kann, weil ich da überhaupt keine Lösung finde und auch keinen Hilfe kriege, außer vor dem sehr netten Menschen aus der Steiermark. Und das ist ein bisschen traurig für den Provider, aber ja. Solange du zahlst, bist ja du Kunde und bist ja du, ist ja alles in Ordnung. Ich möchte das Thema auch nicht ausführen, weil das regt mich noch immer auf, diese Antworten, die man da kriegt. Das ist primitivstes Kundenservice, wie man es in der einfachsten, unterirdischsten Form bekommt. Ja, aber es gibt auch ein Thema, was generell positiver ist. Also auch vielleicht das Internetproblem löst, das weiß ich nicht. Aber generell geht es ja darum, dass ich immer schon gesagt habe, oder sehr lange schon gesagt habe, habe ich auf jeden Fall, dass ich nicht glücklich bin dort, wo ich jetzt wohne. Wir haben uns Wohnungen angesehen und schauen uns morgen noch mal eine Wohnung an, die ab, also gestern eine Wohnung angeschaut, die extremst geil war. Und morgen schauen wir uns in eine Wohnung an, die auch geil ist, die im selben Bau ist, die vier Quadratmeter kleiner ist, aber auch extrem cool ist. Natürlich preislich nicht in dieser Kategorie, in der ich jetzt wohne. Also für 400 Euro, für 85 Quadratmeter, das spielt es leider nicht. Aber, das muss man so sagen, wie es ist, es ist bezahlbar für mich und es wäre wieder im nördlichen Waldviertel, also dort, wo ich quasi groß geworden bin und wo ich mich wohlfühle. Was der Vorteil dort wäre, kann ich auch sagen, Freunde, ich meine, ich fahre zwar dann 30 bis maximal 40 Minuten in die Arbeit täglich, auch nur fünf Tage in der Woche und Schicht arbeiten. Das heißt, das wären fixe Zeiten, wo ich da fahre. Also das würde ich gar nicht so als Problem sehen. Dafür gewinne ich halt einfach einen Ort, wo ich mich wohlfühle und das überwiegt einfach. Es ist quasi dort, wo die fetten John Deers fahren, wo Felder sind, wo Wälder sind. Also nicht irgendwie Weinbauern mit Weintraktoren, also Weintraktoren, so kleinen Traktoren ohne Wälder und nur Weinberge. Und habe ich schon oft erwähnt, das ist das Thema und generell ist das schon echt ausgelutscht. Aber ich möchte euch da auch natürlich informieren, ob das dann im Internet beeinflusst oder nicht, Freunde, das kann ich nicht, das weiß ich nicht. Also das ist mir aber eigentlich auch wurscht. Wichtig ist, dass ich mich wohlfühle. Notfalls, notfalls ist so, dass ich dementsprechend einfach keine Multiplayer-Projekte machen kann. Es ist ja nur der LS und TeamSpeak. Das ist das abnormal Arge, weil ich spüre aktuell leidenschaftlich gerne WoW, Legion, Dogma. Wenn ich Zeit habe, habe ich aber jetzt nicht viel Zeit und da ist nichts. Bei TeamSpeak und bei LS ist was. Also irgendwo gibt es das dann nicht. Irgendwo verstehe ich das dann nicht. Ich spiele Heroes of the Storm, das ist ein MMO-Bar. Nein, ein MMO-Bar ist das, nicht ein MMO-Bar. Ein MMO-Bar ist das. Das heißt, da kommt es darauf an, wie schnell es da klickst, wie schnell es das übertragen wird und bla bla bla. Extrem schnell er spielt. Da ist nichts. Also schon sehr, 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 sehr dubios. Und vielleicht bringt der LS 17 da Abhilfe. Ich kann es nicht versprechen und ich kann es nicht garantieren. Also ich weiß jetzt, dass ich wieder 200 Euro ausgegeben habe für eine Richtantenne mit Zubehör. Und ich einfach jetzt schon langsam nach der dritten Richtantenne die Schnauze, bis ich voll habe, verständlicherweise. Was natürlich der große, große, große Vorteil wäre, das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Wenn ich dort hinziehe, wo ich jetzt geplant habe, hätte ich 10 Minuten zum Bauernhof meiner Großeltern bzw. meiner Verwandtschaft. Also das wäre natürlich für alle, die gerne da wiedersehen, die gerne da wiedersehen, absoluter Knaller. Und für mich auch, wie gesagt, einfach eine Bereicherung. Ich möchte euch hier nicht langweilen, ich möchte euch nur ganz kurz zum Schluss sagen, dass das generell bis zum LS 17 vielleicht gar nicht mehr mega, 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 mega viele Videos werden. Ihr merkt es gerade, am Kanal ist absolute Flaute, aber überhaupt nicht nur bei mir und das ist überhaupt kein Geheule. Das ist einfach Fakt, das sehe ich mir einfach so, dass LS 15 jetzt nur mehr maximal die, weiß ich nicht, also nicht die meisten interessiert mehr, keine Ahnung. Generell bei anderen Kanälen, die LS 15 haben, sehe ich mir das auch sehr, sehr gut. Aktuell ist halt einfach da die Flaute. Liegt es am Schulbeginn oder liegt es an der Flaute? Keine Ahnung. Aber ich werde da jetzt sicher nicht, das ist mein Hobby, ich werde da jetzt sicher nicht 30 Videos am Tag produzieren, damit ich dem entgegenwirke. Das finde ich ein wenig, würde ich ein wenig eigenartig finden. Folgerechtlich einfach nicht wundern, wenn bis zum LS 17 nicht mehr die Welt kommt. Also das möchte ich ganz fix nochmal sagen, weil durch das Gewitter beim Björn hat es dem, seinen Verteiler irgendwie zufetzt und da war leider Internet-Babar und ein Problem, immer allein oder überhaupt allein. Generell, wenn wir jetzt mit Wohnung anschauen, viel Zeit draufgegangen, Haus haben wir uns angeschaut, viel Zeit draufgegangen. Es ist halt so, dass da auch in der Nachtschicht oder in der Nachmittagsschicht viel Zeit draufgeht, so fürs Arbeiten natürlich, aber die Motivation dann fehlt nach dem Arbeiten, um 22.15 Uhr noch aufzunehmen. Also folgerechtlich bitte nicht wundern, ist mein Hobby und ich werde bitte sicher nicht aufopfern dafür und dagegen wirken sowieso nicht. Es ist nicht so, dass ich davon lebe und auch nicht unbedingt da jeden Cent dreimal umdrehen muss. Alles klar Freunde, danke schön fürs Zuschauen oder Hören, ja zuhören, zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.